Hey, ich bin Corona aus Göppingen, aus der Nähe von Stuttgart. Ich werde zuerst ins Begittenkloster nach Vazdena in Schweden gehen und anschließend ins Dominikanerinnenkloster nach Röckle wechseln. Das ist ebenfalls in Schweden. Ich freue mich auf die Landschaft, auf stille Seen, auf den schwedischen Mittsommer, auf Kanälbola und auf viele Begegnungen mit interessanten Menschen. Heia, swerige Fritz-Tumö.